Hallo liebe Freunde, in diesem Video möchte ich ein absolut ernstes Thema ansprechen. Wir haben am 2. November 2020 einen absolut widerlichen terroristischen Angriff auf Wien, auf Österreich, auf unsere freie Gesellschaft erlebt. Was bedeutet das? Wir haben einen Terroristen, und wir wissen nicht, ob es mehrere gibt, der sein Unwesen in der Innenstadt von Wien getrieben hat. Es wurden Leute erschossen, es wurden Leute kaltblütig ermordet, es wurden Tausende, wenn nicht Zehntausende Menschen oder sogar Hunderttausende Menschen in Panik versetzt. Und wir haben etwas erlebt, das wir in unserem seligen Österreich nie gedacht hätten, dass wir das einmal erleben können. Meine Generation kennt das gar nicht. Wir kennen das aus den Medien, wir kennen es, wenn in der letzten Woche, wir kennen das aus den Medien, wir kennen das, wenn in Nizza letzte Woche jemand abgestochen wurde, jemandem die Kehle durchgetrennt wurde. Tragische Sachen passieren, aber seien wir uns doch mal ehrlich, es ist dort in der Ferne, irgendwo in Frankreich, irgendwo in den USA, irgendwo in London. Aber wir hätten uns niemals gedacht, dass das hier in unserem Wien passieren kann. Mich persönlich hat das zutiefst erschüttert. Ich hätte mir so etwas nie gedacht. Aber ich habe mir oft gedacht, Gott sei Dank passiert uns das hier nicht. Und hoffentlich ist das nicht auch nur eine Frage der Zeit, bis es in Wien auch passiert. Fazit ist für mich daraus, wir dürfen trotz allem dem Terrorismus keine Bühne geben. Denn Terroristen haben keine Mittel, außer eben dieses Mittel, Terror. Und mit diesem Mittel wollen sie ihre Botschaft verkünden, ihre Nachricht verbreiten. Was ist also der Sauerstoff für das Feuer, dieser Flamme? Das ist unsere Aufmerksamkeit. Der Standort hat berichtet, zu Recht, man wird den Namen des Täters in den Medien nicht nennen. Und das finde ich auch sehr, sehr richtig so. Denn man soll ihn nicht glorifizieren. Und was bringt es uns auch, zu wissen, wie er heißt? Wir wissen seinen Background, wir wissen, welche Staatsbürgerschaft er hat. Aber das ist eigentlich irrelevant. Wir müssen wissen, warum er es gemacht hat. Das ist schon wichtig. Es war ein IS-Anhänger, es war ein islamistisch motivierter Angriff. Und das ist auch sehr wichtig zu wissen. Dennoch sollten wir jetzt nicht in Islamhetze verfallen, denn Moslems sind Moslems und Islamisten sind Islamisten. Das ist streng zu trennen. Ja, sie sind verbunden durch den Islam, aber es sind Geisteskranke, die den Islam komplett falsch ausleben. Ich persönlich bin der Meinung, und ich bin kein Moslem, dass man hier wirklich die Trennung scharf ziehen muss. Denn was bringt es uns denn, wenn wir das so auslegen? Wir wollen doch keine Spaltung der Gesellschaft. Wir sind alle in einem multikulturellen Wien aufgewachsen. Ich persönlich bin mit Moslems, mit Christen und allen anderen aufgewachsen. Also ich habe da überhaupt kein Problem. Und für mich ist das selbstverständlich. Deshalb ist absolut richtig zu sagen, wir leben in... Ich meine, allein zu sehen, wie diese zwei jungen türkischen, türkischstämmigen diesen Polizisten gerettet haben. Das war super, super. Ich meines Erachtens muss das gar nicht einmal herausgestrichen werden, dass sie Türken oder Moslems sind. Das ist eigentlich irrelevant. Das waren zwei Österreicher oder in Österreich lebende Menschen, weil sie leben hier, weil sie sich mit unseren Grundwerten identifizieren können, identifizieren können, weil sie damit einverstanden sind, dass wir hier in Freiheit, in Meinungsäußerungsfreiheit leben, dass wir hier gewisse Freiheiten leben, die Meinungsäußerungsfreiheit, die Religionsfreiheit und viele andere Grundrechte, die wir uns in der Vergangenheit, in den letzten Jahrhunderten hart erkämpft haben. Nochmal zurück zu dem Thema, dass es im Ausland zwar immer Angriffe gibt, aber hier in Wien ist das immer so fern. Es ist die Insel der Seligen. Man sagt, zieh nach Wien, wenn die Welt untergeht, denn in Wien passiert alles 50 Jahre später. Irgendwie hat es lange so gescheint, als würde das stimmen, aber es stimmt jetzt einfach nicht mehr nach dem jüngsten Ereignis. Machen wir doch Wien wieder zu dem, was es vor diesem schrecklichen Tag war. Zu einer Metropole, wo alle willkommen sind, außer Hass, Fremdenfeindlichkeit und Radikalismus. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gebt, wenn wir zusammenhalten und wenn wir Wien weiterhin auf Platz 1 der lebenswertesten Städte der Welt halten. In diesem Sinne, vielen Dank. Eines möchte ich schon noch ansprechen. Es wurden sehr viele Videos geteilt. Videos, auf denen man sieht, wie der Attentäter oder einer der Attentäter einen anderen Menschen kaltblütig ermordet hat. Er hat ihn zuerst angeschossen und dann ist er nochmal zurückgekommen und hat ihn blutrünstig noch einmal mit ein paar Schüssen ermordet. Das ist in einer Gasse passiert, in der ich zufälligerweise am selben Tag unterwegs war. Ich war in der Synagoge, ich war auf einer Bar Mitzvah, in derselben Synagoge, die Gott sei Dank am Abend geschlossen war und wo auch keine Leute zum Beten hingegangen sind. Fakt ist aber, es macht mich so zutiefst betroffen und deshalb unterscheidet sich das für mich vom Gefühl her auch von Attentaten in anderen Orten dieser Welt. Erst jetzt wird einem vor Augen geführt, dass es auch mich oder dich hätte treffen können. Es hätte uns alle treffen können. Der arme Mann, Gott habe ihn selig, der arme Mann, der da gestorben ist, der hat doch nicht gewusst, dass er an dem Tag zum letzten Mal aufwacht. Es ist schrecklich, schrecklich. Aber ich möchte nicht deswegen in einer Gesellschaft leben, wo ich jeden Tag Angst haben muss, ob ich ins Café im ersten Bezirk gehe, ob ich mich in ein Café neben einer Synagoge setze. Das möchte ich nicht und das soll auch nicht so sein, denn dann haben die Terroristen gewonnen und das müssen wir tunlichst vermeiden. Tunlichst. In diesem Sinne, bleibt offen, bleibt euren Freiheiten verbunden und passt auf euch auf. Alles Gute.